hallo und willkommen zu einer neuen folge wieder mit stefan und mir und zwei randoms. Gucken wir mal wie die randoms diesmal sind. Oh der hat ne shotgun geile sache. Ja die gebrauch ich nicht. Ich geh nur auf shotgun. Doch wenn keiner rein möchte. Oh krotze! Diegel? Diegel, 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 Nee. Doch, doch, doch. Hau der jetzt ne Kotze raus oder was war das jetzt? Nee. Doch, Diegel. Keine Ahnung. Ich muss mal eben kurz hier. Ich hab so Hunger, ne? Digga, Aufnahme. Wie lang ist die jetzt? Drei Sekunden aufgenommen oder so? Ja Digga, ich lasse mich haushalten. Oh ich hör Zombies. Was denn hier los? Ja. Erstmal den Knopf ausziehen. Ist das hier eine Zombie Apokalypse? Oh das wär super wenn hier eine Zombie Apokalypse wär. Boah das würde mir gar nicht passen. Oh weißt du was? Ich hab alle meine, äh meine Items von letzter Runde noch. Cool Tomatensuppe, Heiligen, die Chemikalien. Null. Der macht Rete. Stimmt ich hatte auch die erste Folge auch so ne Pfanne. Da hab ja ab und zu jemanden gefunden. Ich hab auch voll viel. Hä? Aber ich hab das Level nicht geschafft? Hä? Ja du hast, also Spoiler von der, also Aufhänger von der letzten Folge. Ähm Stefan ist ja gestorben und dann haben wir das Level beendet. Er hat das nicht als geschafft markiert bekommen. Das heißt wir müssen wirklich alle am Ende lebend sein. Ansonsten kriegt man das nicht als geschafft. Ah, das ist ja ne Zweier. Warum auf mich? Weil du der hässlichste ohne das wissen. Piss dich. So, Bene, Bene Sin. Ja, wenn ich schon alles dabei hab, ist ja Oh! Hm, Freirene! Ah, es ist gut, dass es keine Friendly Fire an ist, ey. Oh ja. Mann! Alter! Ich krieg, wär doch so schwummerig. Ich glaub das ist von der Sirene. Die hat mich voll angeschrien. Die war in mir drin. Alter, Freirene! Okay, Zweier Shotgun ist noch echt nicht so geil. Oh! Ne, nicht in die Nähe! Oh Gott! So. Ah! Das mach ich jetzt! Toll! Also mit dich in die Nähe meinte ich, dass ich nicht in der Nähe wär. Dann ist es okay. Ja, dann sonst ist es okay. Junge, ich treff ja gar nichts! Bin ich gerade gegrabt oder was hier? Grabber! Ich war erstmal C4 und Schießpulverdosen und so, damit ich ein Upgrade machen kann. Oh! Die haben die Tür geöffnet! Die sind schlau! Ich bin immer noch lebend. Ich bin immer noch lebend. Ja, das sah so aus, als er jetzt wieder auf mich geballert. Was ist das denn? Ach, Frostschutzmittel. Kennt man ja. Ach! Das wollte ich auch gerade machen. Geil! Was? Achso, ich habe auch jetzt so eine Schutzweste, hast du die auch? Wenn du auch Tappkies hast, hast du auch eine 1er Weste? Ja. Okay. Pillerweste. Vielleicht hat man die auch die ganze Zeit. Vielleicht hat man die auch die ganze Zeit. Die Pillermannweste. Wir sind erwachsen. Der rennt vor! Oh, der macht einen C4! Der hatte einen Plan. Mach mal die Tür auf. Okay. Ach du Pinner! Ah, als ob ey! Bagger! Ja! Das ist nochmal! Hier oben sind noch mehr brennende Wichser! Alter, der ist alles voll mit brennenden Wichsern! Bats! Oh fuck! Jetzt haben wir den Generator auf hier! So! Ich schalte den Generator an! Geil! Der hat einen MG! Nein! Ich wurde unterbrochen! Du Scheiß-Zombie! Nein! Wie viel? Nein! Aua! Der hat eine Weste! Warum hat der eine Weste? Und wer? Schiebung! Ah, der ist schon an, okay. Ist hier irgendwo eine Crafting Bench? Ich hab's noch geschafft, lol! Ist unten eine, oder? Äh, ich weiß es noch nicht, warte. Ist hier nicht in dem Raum, normalerweise eine? Komisch. Keine Ahnung. Hier ist noch eine Schießpulverbe. Was ziehe ich denn jetzt mit hier? Hier draußen ist einer. S10, S12K, O12, alles klar. So! Oh Gott, ich hab'n Krampf! Ja, ist auch... Oh! Ja, alle sind gerade auf Fliegen, glaub' ich. Fuck! So, dann erst jetzt mal ne Supersuppe, ne? Wieder voll da. So, was... Ich muss jetzt mal eben ganz kurz die... Während die hinter uns sind, nutze ich die Zeit mal eben, ja? Was macht man mit Klebeband? Täuschgranate, Blendgranate. UMP-Grotzer und irgendwas, okay. Waffen halt. Hungrigen, Blendgranate. Blendet und betreibt die Hungrigen kurzzeitig. Das heißt, Klebeband brauch' ich eigentlich gar nicht. Kann ich schon mal wegschmeißen. Für was ist das? Das ist für Granaten und für Waffen, aber ich hab' jetzt gerade ja alles schon an Waffen. Oh, ich hab' was aktiviert, glaub' ich. Wie mach' ich die halt? Ja, du bist schon wieder zu weit, oder? Ja. Man, triggert doch nicht! Oh, Digga! Ja, gucken, weiter geht, Alter! Piss dich! Boah, die schon wieder! Nein, die schon wieder! In deine Fresse! Aua! Der Ding ist genau vor mir explodiert! Ja, weil ich sie angeschossen hab! Ehrenmann! Oh, da oben fliegt der da! So, nicht vorgehen, weil das triggert, ja! So, jetzt kann ich die O12 machen, das ist doch nice! So, schön, super Suppen craften! Was macht man denn, wie kann man denn diese heilenden Dinger machen? Heilende Chemikalien? Ähm... Die kann man gar nicht ja craften, wa? Ich glaub' die findet man nur, weil ich seh' die in uns. Achso! Ja! Da hab' ich die mal aufgesammelt! Ja! Okay, ähm... Trägheitsschlamm, brennende Säure... Schade in den Hunden... Ich glaub' Trägheitsschlamm ist, glaub' ich, am besten! Aber jetzt hab' ich alles hergestellt, was ich irgendwie kann! Ich hab' glaub' ich viel zu viel Proberlade, ich muss... Was hat's zielen? Junge, 0? 0? 54? Okay! Boah, das ist ganz geil! So'n Dreierschuss mit der O12 ist, äh... Instant tot! Muss man halt alles treffen! Ja, wenn du Headshot triffst, ist O12 auch One-Head! Ah, okay! Wow, hat nicht so viel gebracht! Ich dachte, jetzt kommt ne... Welle an Zombies durch! Jaa, aber da sind noch schon ein paar... Oh! Da oben sind die Pisser! Die schießen mit BZ-Granaten hier oben uns! Ja, ich heil' grad' in dem Feld hier! Ich hab' ein Feld gesetzt! Oh mein Gott! Alter! Oh Gott! Das ist ja übelst... Alter, die machen so viel Schaden, die BZ-Dinger! Holy shit! Das ist die übelste Zone! Oh Gott, neben mir! Ah! Nein! Wie weit geht das? Das ist noch eine! Oh, da ist noch einer! Wie weit werfen die? Oh shit! Richtige Sniper! Erstmal'n Gulasch da rauf, Alter! Ich glaub' da muss ich auch noch eine Grotzer craften, weil... Wenn du so weit weg Dinger hast, das kannst du ja vergessen! Mit der... War für dich ja... Diese komische Revolver! Schießt du jetzt immer mit der Tommi, Alter! Oh ja, ich befüll' den mal eben! Nee, der ist kaputt! Ohhhh... Im nächsten... Ich will die Zone auf jeden Fall überleben, das wär' ganz cool! Ihr wisst schon, dass ihr eure Munizont verballert! Hier ist Staff! Ich weiß... C4 brauch' ich wohl, hab' ich grad' verballert! Äh... Automat! Äh... Für mehr... Automat für Tier 1 Sachen ist das, ne? Hast du ne... Hast du ne Dingens? Ne Dose? Ja, ich hab' ne Dose! Hast du mir die gegeben? Ja! Danke! Ne Panne auch noch... Oh, 36 Muni nur mit der Farmas? WTF? Ja, Farmas halt, ne? Ohne Magazin und so! Digga! Digga! Digga, was? Yes! So, äh... Ich glaub' ich nehm' schon mal Schweineintorff, bevor der letzte... Ihr nächste Balken kommt und man dann kurz nen Krampf hat! Zieh mir noch im Wasser rein! Ah, zieh dir im Wasser! Aus'm Automaten! Das ist ein kühles... Das ist das beste Wasser! Das ist das beste Wasser! Das ist ein durchsichtiges! Ein kühles durchsichtiges! Oh, Alter! Wie schnell war das denn?! Oh! So, jetzt hab' ich wieder ein bisschen mehr Muni gekriegt! Ist ja ein Spiel mit dem Leben und Tod hier! Habe ich irgendwie den Wahnsinn bekommen oder warum hab' ich jetzt so'n komisches... Hat so'n komischen Effekt auf mir! Ja, das war die Sirene! Kann auch schlecht! Kann auch schlecht zielen! Die waren wahrscheinlich... Wir nehmen die und hab' geschrien! Vielleicht müssen wir mal einfach alles mit dir haben! Ja, wenn's Platz hat! Da ist gar nix! Wow! Alter hab' ich auch eben schon mal eine C4 reingeworfen! Ich hab' eh genug, Alter! Das ist... Oh! Ich brauch' gar keine Heilung! Warum heilst du mich? Komm schon, Typ! Ich hab' eh genug, Alter! Das ist... Oh! Ich brauch' gar keine Heilung! Warum heilst du mich? Komm schon, Typ! So! Ist hier irgendwo ein scheiß Generator! Oh mein Gott, Alter! Ja, der Schleim ist mega! Die können sich gar nicht mehr bewegen! Schön! Nice! Nice! Such'n Generator! Wir müssen überleben! Hier ist ein Generator! Beschützt mich! Generator! Ja, super! Guter Job! Ich massier' den Generator! Da hinten ist der Ausgang! Da hinten ist der Ausgang! Da müssen wir hin! Jawoll! Ja, die hat auch alle weggehauen! Guck mal, easy going! Rein da! Wir haben nicht mal nen Dicken gehabt! Ja! Yeah, boy! Easy! What the hell? Nice! Ja, auf einmal ging's so easy, wa? Machen wir hier Bats, Digga! Bam, bam! Überlebt, Alter! Überlebt! Rein da! Hey, ich hab weniger Erfahrungspunkte bekommen! Letzte Runde hab ich gestorben! Und jetzt? Letzte Runde haben wir irgendwie mehr los! Also da haben wir auch mehr machen müssen! Ich glaub, das hier war jetzt die erste Map, oder? Das kann sein! Ich glaub, das war jetzt die erste! Das kann sein! Und eben hatten wir schon die zweite oben links! Ich denk, vielleicht werden die auch immer schwerer! Weil das war jetzt schon sehr einfach! Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge! Vielen Dank, dass ihr bis dahin geguckt habt! Klein, fein, schon erste Folge! Oder erstes Level gemacht! Und dann lass gerne ein Abo da, ein Like! Und wir sehen uns in der nächsten Folge! Tschüss! Bis denn! Vielen Dank.